ach so natürlich ich muss ja noch wasserloch pullen natürlich so und jetzt müssen wir hier irgendwie da ist schon einer mit wasser, molten shiny bucket, ne, naja tatsächlich ein wasser bucket direkt ok hallo, Alter beweg dich doch mal Junge, ne irgendwie ist hier alles grad ein bisschen tot sehr komisch so, so wollte ich grad sagen hast du nicht auch versucht hier bei der aktion hier von von gamestop eine playset zu kriegen nö nö die hatten keine konsolen da, doch die hatten konsolen da aber nur für vorbesteller und jetzt erzähl mir mal, jetzt erzähl mir mal wo auf dieser welt, ups fuck wo auf dieser welt du eine aktion vorbestellen kannst hab schon gehört, dass die, äh, was viele, upsie, viele shops, das, ähm, vorgezogen haben, quasi, ne, genau, und, ähm, die haben da, ich glaube, die kriegen da richtig einen auf den Sack weil, das kann ja nur alles nicht sein, also wie gesagt, wenn du halt, das kannst ja auch nicht zu Aldi gehen und sagen, ihr habt nächste Woche ein Fernseher im Angebot, den möchte ich gerne jetzt schon noch vorreservieren und die hatten Warenbestand da, haben sie ja auch gesagt, die hatten ausreichend Bestand da, haben den aber nur an Vorbesteller ausgegeben, wo du dich auch fragst, what the fuck, wie soll denn das gehen total bescheuert das kann ja irgendwie nicht gehen und da haben sie sich definitiv keine Freunde mitgemacht und dann haben sie ja noch eine, dann haben sie die Aktion ja auch, war ja auch so geil, die sollte ja laufen bis, äh, bis 14.05. dann haben sie die ja, äh, vorzeitig beendet mit Datum 30.04. und haben aber die Möglichkeit gegeben, äh, dass du am 28. und 29. wohl noch in der Filiale direkt eine Reservierung tätigen kannst und die, alle, alle, doch, also, ähm, alle Besteller sollen dann wohl bis, äh, Anfang Juni eine Konsole kriegen, zu den Konditionen dieses, äh, Trade-Ins, ähm, und du musstest eine Anzahlung in Höhe von 30 Euro leisten die aber dann halt dementsprechend wieder verrechnet wird naja, auf jeden Fall ich halt nicht, ich halt nicht zu Hause gewesen, wa hab das aber, äh, Bekannten geschrieben halt oder besser gesagt, Freunden und die halt dann gleich, naja, dann gehen wir halt für dich los, kein Problem ja und da bin ich jetzt gespannt, was da draus wird auf jeden Fall hat GameStop ganz schön verschissen bei mir ja, ich geh da auch nie hin ich, ohne Scheiß wir wollten uns ein Spiel kaufen letztens, äh, Dragon Age nee, nicht Dragon Age äh, Divinity Original Sin mhm bei Nen und ich zum, äh, Koopsocken auf Konsole, oder? ja, ja, okay für PS4 ja und die waren die einzigen, die es hatten aha und die wollten, also gerade hier gibt es Atom, Mediamarkt, hat alles nix und die wollten 27 Euro gebraucht dafür haben und das Spiel kostet 29 Euro neu ne, da denk ich mir auch, wollt ihr mich verarschen oder was? ja, so fickt sich der Einzelhandel, ohne Witz ja, definitiv naja gut, ich mein, dass die allgemein da hat nämlich, war auch so geil, da hat einer dann gefragt ähm, der stand halt dann sogar mit so einer mit so einer Destiny Edition dann irgendwie da also mit weiß und hin und her und Logo und so mhm da unterscheiden die ja auch nicht, PS4 ist PS4 und ähm, dann hat der gefragt, was er halt kriegt wenn er die einfach so einkaufen würde, äh, ankaufen würde und da haben sie ihm gesagt, er kriegt 80 Euro für die PS4 ja, die haben sich, meine Ohren und Scheiß, ey 80 Euro, Alter, was geht mit euch, echt? die sind regelrecht behindert ja das ist doch so ähm, scheiße, kann ich Molden in die Räume jetzt hier gar nicht auf den Eimer ziehen wieso geht denn das nicht? FIFA Fug Ups, was ist denn jetzt? jetzt äh, so Molden Enderium Bucket aha also Reads was? ach, diese Scheiß da wächst nie was ich bin Starving das ist nicht so gut ein Fluid Transposer, wir sollen das gehen hm 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 da unten eigentlich alles gut eigentlich Scheat ja, da müssen wir hier wohl doch noch ein bisschen was machen wieso geht denn das nicht? Alter, wie ich es hasse äh, äh, äh so na ist ja geil hm auch ein bisschen doof ich muss jetzt so lange, äh, Seats hin- und herkratzen, bis ich den 10-10er hab bist du was hast? dass ich, äh, jemanden ein Seat hab, der die besten Stats hat halt ach so das dauert ein bisschen hm ach ja, kann ich ja nicht mit Bone Meal nachhelfen mit Bone Meal doch, kannst du doch meistens ja, hab's gesehen hab's gesehen geht ja doch noch schneller aber der ist auch ganz gut alter, fuck you hm 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 wieder einen wegnehmen der besseren pflanzen den schwächeren nämlich weg ich mache jetzt ja auch wie bloß nur scheiß an der smelterie gerade wird bestimmt auch eine riesen spannende folge jetzt so was haben wir jetzt an enderium fünf blöcke enderium nice das ist jetzt nicht blöd das waren die gar nicht schon immer besser ich mag es die sonne geht auf wunderschön 3 5 2 3 4 4 4 4 6 ok 1 2 3 4 5 5 brauchen wir ok jetzt habe ich hier die fliege meinen müll soll ich damit schmeiß weg die scheiße aber doch ich bin jetzt verwirrt die bin verwirrt warum naja so halt also jetzt brauchen wir mal die ganze ende scheiße hier so mal den ganzen kram jetzt hier weghauen so so ender tank sagte so wir brauchen 1 2 3 4 5 mal diesen machine frame können wir uns noch nicht bauen 4 5 dann brauchen wir den 12345 und jetzt den resonant 1 2 3 4 5 so ender tank also fangen wir mal an einmal ender tank zack einmal den oh da fehlt was da fehlt was oh ein resonant portable tank was fehlt denn da ein copper ingot oder was geht doch oh kein buch kein karten glas mehr oder wird scheint so oh wir haben kein hartes glas mehr äh herstellen ja was waren das noch mal haben 8 obsidian und led hui flieg aber manchmal hast du auch nicht alle ne ne manchmal ist ein bisschen schwierig so so reinforced und dann haben wir hier noch den den resonant schaub dich jetzt brauchen wir noch was ein ein tesserakt na warum denn eigentlich nicht äh brauchen wir zwei zwei tesserakte mhm mhm ok was fehlt ach der diamant fehlt so tesserakt so tesserakt so dann haben wir mal zwei tesserakte hier in der tank so haben wir nicht jetzt brauchen wir dann noch das muss gefüllt werden ach guck mal einer an da kommt wird wie viel tausend ja ja so ist das wieviel kommen denn da jetzt rein ok ich nehme sie mal mit und noch ein paar enderperlen enderperl so so dann haben wir die tesserakte ne ist schon krass wie schnell man doch jetzt hier auch an solche high end dinger wie so ein tesserakt irgendwie kommt weiß nicht wie high end er ist naja der war früher war der schon extrem high end das war schon heftig ja glaube ich da kommen aber mehr als nur 1000 rein war naja da kommt glaube ich so eine ganze keule rein mal gucken oder reichen da schon 1000 tatsächlich hab ich hundertmal den scheiß gekreist das ist jetzt crazy hundertmal habe ich dir das gesagt jo das war schon zup zup und dann die auch wieder weg und dann die auch wieder weg so jetzt brauchen wir hier noch die zwei tesserakte zack zack und dann haben wir nämlich was fehlt denn da jetzt schon wieder ah ich komme der sache näher da habe ich schon einen mit 7 10 10 aber die wollen dass ich einen mit 10 10 10 mache doch und tesserakt äh 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 18 10 auch kommen schon mit der jetzt immer eins nach dem anderen besser oder was ok dann haben wir das schon mal in der tank der fehlt noch so was das sind resonant flux capacitor ok dann gucken wir nach flux flux capacitor weiter und let's down dann brauchen wir ja den dann brauchen wir den 9 10 10 dann komme ich noch einmal dann müsste ich es eigentlich gepackt haben hoffe ich doch ach hast du die ganzen diamanten weg oder war ich das hab nichts weggenommen ich habe jetzt mal ein paar diamanten wieder ins system gehauen wo fahren die denn ach fuck ich bin doof die werden gesteckt hier unten also diamant blöcken ja das können wir eigentlich auch ausnehmen diamant blöcke dann drösel ich die mal alle auf brauchen wir eigentlich nur einzeln also so diamant blöcke redstone glowstone dust das sind so sachen die brauchen wir eigentlich nur einzeln ja so jetzt haben wir jetzt mal auf die schnelle zack 519 diamanten so flux capacitor den 10 10 yeah da ist das ding reward magnum torch so was auch immer die kann was sie denn hier was fehlt da ach noch ein paar von denen von den ganzen scheiß mein system rein gut leute haben wir wieder eine quest fertig jetzt sind wir richtig die questmacher nice market was ist das denn market block will be big help for people who don't care research woher bekomme ich den den market bestimmt schwierig zu bekommen fuck habe ich jetzt habe ich jetzt einen tesseract übersehen eigentlich nicht wood und einen emerald ender tank controller bauen kacke hä wo sind die emeralds hin sag nicht die werden zu blöcken gemacht ah scheiße ah jo werden die zu blöcken gemacht was sind wer emeralds oh nicht schlimm kein problem kein problem müssten ja eigentlich vier stück da rein passen ups und den market haben wir auch reward back und emerald bekommen wir sogar wieder nice was soll ich unten rausnehmen was wird blöcke was nicht soll äh diamanten emerald hast gesagt ja emerald ist okay die brauchen wir ja also ich habe jetzt nur noch drin glowstone bone meal apatit lapis lazuli und emerald okay glowstone kannst du auch rausnehmen habe ich brauchen wir auch eher das okidok gut so ich habe jetzt die quest auch fertig so 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 nach langem her und hin endertank ist jetzt fertig nice ok wir haben jetzt hier so ein bisschen kram für den endertank bekommen es fehlt uns eigentlich jetzt nur noch ein blödes huhn